Ja, hallo aus dem wieder mal Kürnberger Wald. Ich bin heute hier und es schneit einmal nicht, dafür ist es ja windig und ich bin hier an einem Platz, wo ich vor zwei Jahren meinen Geburtstag gefeiert habe mit einigen Freunden. Wir haben da ein Picknick gemacht und ich habe Ende September Geburtstag und das war ein strahlender Sonnenscheintag hier und jetzt ein bisschen auf einer Anhöhe dieser Platz und hier seht ihr meinen Lieblingsbaum im Hintergrund. Das ist eine Buche und ich komme sehr, sehr gerne an diesen Platz, um einfach in der Stille, in der Stille zu sein oder zu meditieren. Ich zeige euch jetzt nur, von hier her oben hat man einen ganz besonderen Weitblick und Überblick. Man sieht da, ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, bis hinunter, genau, ein ganz, ein toller Platz. Ja, ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, euch von dieser schamanischen Wanderung zu erzählen, die ich anbitte. Die findet morgen statt. Die Plätze für morgen, die sind alle belegt. Die nächste Wanderung wird aber am Samstag, den 17. März stattfinden. Dort sind dann noch einige Plätze frei. Ja, was passiert so in einer schamanischen Wanderung? Ich habe es eh schon mal beschrieben, auch auf meiner Homepage, aber noch nie so ein spezielles Video dazu gemacht. Wir gehen zu besonderen Kraftlaststationen, die alle für mich eine besondere Bedeutung haben und wo ich besondere Erlebnisse auch mit den Spirits, also mit dieser spirituellen Welt gehabt habe. Ja, also anfangen tut das Ganze, dass wir gemeinsam diesen heiligen Raum erschaffen, so quasi diesen Schutzraum und dann uns in den Wald hineinbegeben und dort zu den Stationen dann gehen. Eine ganz, eine für mich besondere Station ist der Herzplatz. Dort erwartet dich dann eine ganz besondere Herzmeditation, wo du so diesen Kontakt zu deinem Herzen wieder spüren kannst, wieder mehr lebendig werden lassen kannst. An alle Plätze werde ich mit Hilfe den Spirits arbeiten. Also jeder von uns hat ja Krafttiere, jeder von uns hat seine spirituelle Führung, die Lehrer und die Lehrerinnen aus der geistigen Welt. Aber ich arbeite auch hier im Wald mit diesen Mittelweltwesen, das heißt mit den Spirits des Waldes. Und das sind in erster Linie die Baumwesen, sage ich jetzt einmal, und auch diese Steinwesen, die sich dort an den Plätzen befinden. Nach diesem Herzplatz erfolgt ein ganz besonderer Platz. Das ist so eine Steinformation und in der Mitte gibt es einen Stein, der so ausschaut wie eine Schlange. Drum habe ich und dort wohnt auch der Schlangenspirit und dort werden wir besondere Loslassübungen machen. Also alles, was dich beschäftigt, was du gerne loslassen möchtest, deine Fesseln, deine inneren Hinderer, hast du da Gelegenheit an diesem Platz loszulassen. Ja, die Reise geht dann weiter vom Loslassplatz, gehen wir dann zu einem besonderen Baumplatz. Das ist so eine Art Buchen-Tor, wo du Gelegenheit hast, den neuen Schritt zu setzen. Mit Hilfe der Kraft der Bäume, der Buchen gehst du sozusagen, du sozusagen den ersten Schritt in das Neue hinein. Ja, nach diesem Platz werden wir dann eine kurze Pause machen und es geht dann weiter zum letzten Platz. Das ist der Platz der vielen Bäume, wo wir eben diese stille Baumkommunikation, die ich schon im letzten Video erklärt habe, miteinander durchführen. Die ganze Wanderung dauert so circa drei bis vier Stunden, weil es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Teilnehmer, dass die Wanderung hat, weil ich auch individuell auf die Teilnehmer dann eingehe. Und ja, am Platz der vielen Bäume ist sozusagen dieser Endplatz, da mache ich dann noch ein schamanisches Endritual und wir gehen dann gemeinsam zum Parkplatz zurück. Dort gibt es dann noch heißen Tee, hoffentlich noch heißen Tee und Kekse. Ja, Entschuldigung. Diese Wanderung ist für jeden Menschen geeignet, sage ich jetzt einmal. Und für Menschen, die gerne mit der Natur arbeiten, die gerne in der Natur sind. Man erfährt einfach so viel Ruhe, so viel Liebe, so viel Stille im Wald und alleinig, wenn man schon im Wald ist, das tut einfach gut. Die Wanderung ist aber auch für Menschen geeignet, die näher nach innen blicken möchten, die sozusagen diese Thematik, die dich gerade beschäftigt, wo du vielleicht ein bisschen haterst, mit dieser Wanderung, also mit dieser Thematik in den Wald zu gehen und mit Hilfe von der spirituellen Welt und von den Spirits dort eine Lösung oder eine Erleichterung zu erfahren. Ja, das alles bittet der Wald, jeder Wald, nicht nur der Kürnberger Wald, aber ich bin einfach ganz, ganz, ganz gern in diesem wunderbaren Wald. Ich wollte jetzt schon sagen zu Hause, aber ich verbringe ganz, ganz viel Zeit an diesem besonderen Ort. Ja, ich wünsche dir auf diesem Weg alles Liebe und ich freue mich, wenn du einmal bei einer meiner schamanischen Wanderungen dabei bist. Baba, ciao!